ja hallo leute noch mal das war grad ein mega fail ich wollte gucken warum mein pc so lag und hab vergessen dass dann die aufnahme abbricht also bitte entschuldigt das geht jetzt hier an dieser stelle weiter ja also das ist euch jetzt eine folge leider vorstellen übrigens aber ich werde bald ein video machen komplett auf englisch für die ganzen großen youtuber wie dieter place oder logisch oder so werde ich dann ein video machen was ich sehen in den livestreams immer den links zu rein sende wo ich dann ein video habe und in dem video die hat alles sagt was ich gerne sagen würde mit dem zu sehen ich glaube das ist relativ klug wenn man den gleichen jüdischen links endet jo na gut leute das war's doch noch schon jetzt vergesst nicht den abo da zu lassen und einen daumen hoch das würde mich sehr freuen es würde aller übrigens auch freuen in zukunft werden jetzt auch mehr folgen mit adacom also ich nehme eigentlich fast immer mit ihm auf wenn er auch nicht das ist das ding halt so also dann bis denne leute